Hallo Jürgen. Hallo. Wie geht's? Gut, und wie geht's dir, wenn ich fragen darf? Ja, ich auch. Okay, was lacht denn der eine so? Hallo? Hallo. Also, ja, wo landen wir, wenn ich fragen darf? Warte, ich entscheide, ich entscheide lieber. Können wir hier landen, bei den Knoten? Ja, können wir hier. Dankeschön. Wie alt bist du, wenn ich fragen darf, also wenn du das sagen möchtest? 14. Achso, 14. Ja, ich bin 16. Ich habe gestern ein Mädchen getroffen und ich habe halt so ein bisschen mit der geredet und so. Okay. Ja, was lacht denn der? Ich will nicht so angeben, aber ja, habe der auch Aufnahme gemacht, also ich habe wirklich mit der geredet. Ich habe auch mein Onkel gezeigt. Diese Marie-Belle 24 ist auch ein Mädchen. Ja, ja. Sie muss sich ja auch mal mit ihr unterhalten. Ist wirklich? Ich bin ein Junge. Oh, okay, okay, weil ich kann nicht, ich, 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 äh, egal, zocken, keine Mädchen. Er stottert direkt, wenn er stottert direkt. Sorry, Jürgen. Alles gut, ich bin, äh, komm. Du musst nicht so nervös sein. Nein, nein, äh. Sie ist ganz nett. Ah, das ehrt mich. Marie, hallo, hallo, Marie. Marie-Belle. Achso. Nee, Marie war schon richtig. Also, ähm, boah, warte, pff. Ähm, was lacht denn der die ganze Zeit? Hör mal auf, Mann. Das ist schwer. Ja, Marie, ja, Marie, hör auf. Ähm, Mama, Marie, hörst du mich? Was soll das, Alter? Ah, egal, lass einfach socken mich los. Los, Jürgen, nütz deine Chance. Wie meinst du? Wie, wie Chance? Was ist das? Hörst du mich? Hallo, du musst auch antworten. Ja, Marie, antworte mal. Ja. Ja, äh, wie alt bist du, wenn ich sagen darf? Auf 14. Boah, was? Ja, auf jeden Fall, was ich dir noch erzählen wollte, Junge. Ähm, ich hab ja gestern gezockt und das Mädchen, ähm, wir haben ja dann auch, äh, E-Mail ausgetauscht, weißt du? Und, was lacht denn du? Nicht schon, das ist gut erzählt, Scheiße. Nee, wir haben halt E-Mail ausgetauscht und, hallo, ich will was erzählen, nicht lachen. Ja, okay, auf jeden Fall weiter. Schaust du dir gerade einen Film an, oder wie soll, darfst du? Nee, alles gut. Auf jeden Fall weiter. Achso. Ja, und dann haben wir halt, äh, ich hab erst die E-Mail falsch geschrieben, die ist, glaube ich, chantalx.gmail.de und ich hab halt, äh, Chantal mit... Achso, kann ich sie jetzt auch anschreiben? Nee, nee, ich hab das, das war ja falsch. Ich hab Chantal mit SDA geschrieben, aber kam nichts. Und, äh, äh, ja, dann haben wir uns Bilder geschickt mit Mundschutz. Und... Nö, ich erzähle euch gar nichts mehr. Doch, erzähl weiter, sorry, ich hab grad wegen meinem Film gelacht, erzähl weiter. Achso. Wir gucken hier mit dem Film zusammen. Ah, was, was für ein Film? Ja, wir kuscheln zusammen aus dem Bett. Wie eklig. Ich hab mein Mädchen geküsst, boah, ey, ey, als ich die, also mein, ich hab ja, die Lippen macht man ja, bei der Nase, ey, und, boah, ey, das war so... Und wusstest du, wenn du eine Frau küsst, dann bekommst du spezielle Fähigkeiten, wusstest du das? Was hast du denn für Fähigkeiten bekommen? Ne, ich hab, ich konnte schneller rennen und so, also mein Onkel hat mir das erzählt. Marie, ich glaub, ich, ich hab ein Thrush auf dich. Ein was? Ein Thrush hab ich, glaub ich, auf dich, in Schrungen. Lassi? Wie bitte? Gibst du ihm eine Chance, Marie? Ne, tut mir leid, Jürgen. Ja, ja, ich wollte eh nicht. Aber was ist mit Chantal? Achso. Und was mit deinem Date? Damit Chantal greif ich mich über E-Mail, wir reden später und schreiben. Ja, wann kannst du heute hier neue kennenlernen? Doch, der hat gesagt, ich darf noch zwei Stück kennenlernen. Warte kurz. Du aus. BAM! Wie ich auch seh? Ja. Boah, na gut, äh, ich bin 1,70 groß. Warte, ich muss kurz einen holen. BAM! Und, ja, ich... 1,70. Ja, oder 1,72, ich weiß, ich sag, schon groß, aber ich bam noch einen kurz weg. Jürgen, ich bin kurz. Jürgen. BAM! Oh, Playboy. Schluss, Jürgen, rette uns. Mach ich natürlich. BAM! Nee, Jürgen. Warte. Wenn ich das gäbe vom Ei. Hä? Boah, Jürgen hat Edits drauf. Jürgen, pack deine Sniper weg. Jürgen, pack deine Sniper weg. Alter, ich bin so gut, Onkel, kann ich wieder spielen? Ich bin so gut in dem Spiel. Warte kurz, ich muss dich anstrengen. Nee, das kann doch nicht wahr sein. Was lacht denn ihr? Ey. Bist du Mädchen? Nee, nee. Junge. Wie sagst du Mia? Äh, er kommt von meiner Schwester. Wie alt ist die? Aber sie spürt nicht mehr. Äh, ich bin auch 17. Kann ich mal mit ihr reden? Nee, die ist gerade nicht da. Oh. Kann ich die mal umarmen? Kann ich auch machen. Boah, nein, nein, äh, das möchte ich nicht. Du bist auch krank, Junge. Äh, äh, wie alt bist du? Elf. Ah, okay. Äh, sowas sagt man nicht mit elf. Jetzt sieht deine Schwester gut aus? Ja. Ah, okay. Äh, fährst du Motorrad? Wieso? Weil meine Schwester auch Motorrad fährt. Magst du deine Schwester? Ja. Aber wieso sagst du dann das F-Wort? Sagt man doch nicht zu seiner eigenen Schwester, oder? Ja, eigentlich nicht. Ja, du meinst, ist das bestimmt nicht so. Nein. Was geht ab? Ey, was geht? Ich wollte glatt verlassen. Digga, dich kenn ich irgendwoher, ne? Deine Stimme, es kommt mir miese bekannt vor. Bis letztes Season voll reingegrindet, kann das sein? Ja, aber wir haben uns öfters getroffen, oder? Davor hieß sich nur der Bre mit ihm, ne? Ach so, ach, das warst du. Ja. Ja, ey, wir haben voll oft gespielt zusammen. Ich kann mich an dich erinnern. Deine Stimme vergisst man nicht. Ja, deine auch nicht, irgendwie. Ach, das warst du. Ich dachte so, hä, von nun kenn ich den. Ja, ja. Was geht, ey, vor lange nicht mehr gesehen. Ich schwör, warte, Digga, ich schwör, dich ehrlich jetzt mal als Freund. Okay. Oh, du akzeptierst keine. Ach so, ja, ich hab das ausgestellt, aber ich komm, ich ehrlich mal. Ach, das bist einfach du. Ich so, hä, von nun kenn ich die Stimme. Es ist vielleicht ein bekannter YouTuber, oder so. Ich so, nein. Nein, nein. Uh, ein Mädchen. Hallo, Nadine. Oh, was hast du gedacht? Hi. Uh, wie alt bist du? Was denkst du? Ich denk mal so 16. Nee, älter. Älter. Ich schätze mal so 19, oder, oder schon was so 21, 22. Nee, ich bin 15. 15? Nee, ey, komm, wir verlassen. Es dauert zu lange. Nein, nein, ich hole es ein. Doch, doch, wirklich. Nadine, komm. Ey, guck mal, wo er ist. Nein, ich hole doch jetzt ein. Ich hab noch den ersten Nachmittag Zeit wegen Karten. Ja, ich werde jetzt gleich rebooted und dann lande ich direkt bei, ähm, euren Karten. Ja, das mit dem Motorrad über den Rasen zu fahren, ist, äh, da bist du so schnell wie... Ich hab Geländewagen. Ey. Wie mit einem Rasenmäher, ehrlich. Na, wo soll ich denn fahren? Auf dem Stein, oder was? Ich kann nicht sterben. Ey, der hackt doch. Oh. Ey, was gibt es für Hacker im Spiel? Ohne Witz, eine Runde, neues Glück, denn das Leben ist nicht verrückt. Boah. Oh, hallo? Achso, ihr seid noch da. Achso. Ah, geil. Du bist mir so ein Vogel, du, ey, ehrlich. So, ja, ciao, viel Spaß euch. Ciao, ciao. Ja, tschüss. Du bist mal ein richtiger Dichter und Denker. Ja. 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 Ja.